Tradition im Wandel – das Schützenwesen in Westfalen als immaterielles Kulturerbe Das Forschungsprojekt Tradition im Wandel der Universität Paderborn setzt sich in Kooperation mit der Warsteiner seit 2016 intensiv mit dem als immaterielles Kulturerbe ausgezeichneten Schützenwesen auseinander. Zielsetzung der Forschung ist es, historische Wandlungsprozesse aufzuzeigen, gegenwärtige, auf die Kulturform wirkende Risiken zu ermitteln sowie Zukunftskonzepte zu erarbeiten. Die Projektperspektive nimmt an, dass die gegenwärtige kulturelle Praxis des Brauchtums durch die Prozesse der Kommerzialisierung, Individualisierung und Digitalisierung einen tiefgreifenden Wandel erfährt. Vor diesem Hintergrund wurde eine dreigliedrige Risikoanalyse des Schützenwesens konzipiert. Gemäß der hier genannten Zielsetzung gliedert sich das Forschungsprojekt in insgesamt drei Projektphasen.